Hahaha, das Intro kenn ich irgendwoher. So Leute, willkommen zurück. Heute der nächste Teil. Ich reagiere auf eure Kopfbau-Videos. Als erstes haben wir hier den Snowtiger Lenny, der einen Kopfbau in der Mami-Bowl eingesendet hat. Ich würde sagen, wir schauen doch einfach direkt mal rein. So, gucken wir mal, was der Lenny da gezaubert hat. Gibt auf jeden Fall ein Köpfchen Eiskaktus in der Japoner Mami-Bowl. Sehr, sehr nice. Hoffentlich mit HMD. Ja, kleines bisschen Zebra in die Mitte, damit nichts in die Mitte fallen kann. Sehr, sehr nice soweit. Ja, mit einem... Ah, die Rückseite von einem Löffel ist da so, oder? Von der Gabel oder so. Auf jeden Fall erstmal umrühren und dann loggerflugig in den Kopf rein. Schauen wir mal, das ist echt die Rückseite von der Gabel oder so. Da kann man kreativ werden, Leute. Hauptsache, ihr kriegt euren Tabak irgendwie locker flockig in den Kopf rein. Dann ist alles gut. Ja, schön den Tabak verteilen. Sieht auf jeden Fall nice aus. Sieht aus, als würde hier noch ein kleines bisschen Tabak fehlen. Aber vielleicht verteilt er das ja noch ein bisschen dahin. Aber hier würde ich jetzt tendenziell noch ein bisschen Tabak hinmachen, tatsächlich. Ja, schön hier von der Mitte runter machen. Das sieht gut aus. Aber bis jetzt habe ich eigentlich nichts zu bemängeln, außer diese Stelle. Aber das sieht so aus, als würde er das auch genau jetzt fixen. Ja, noch ein bisschen Tabak da hingemacht. Oh, jetzt hat er ein Problem. Jetzt hat er ein Problem. Jetzt hat er das Taschentuch oder das Zebra in die Mitte geklatscht. Jetzt muss er das irgendwie durchstecken. Hä? Lässt er das jetzt so? Ah, Digga, ohne Rauchentwicklung. Ei, 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 ei. Ach. Ja, Lenny, wir wollten auch die Rauchentwicklung sehen, mein Lieber. Nächstes Kopfballvideo ist vom Kevin. Diesmal in 16 zu 9. Da wurde erst die Auflösung ein bisschen, ne? Und wir sehen erst mal ein Shisha-WG-Video auf dem TV. Schönes Tabakregal. Schönes Tabakregal. Neuer Almasiva ist am Start. Ein Kiwi Punch hat er. Einen 43. Einen Smint. Einen Dabomb. Ein bisschen Oktopus. Sogar drei verschiedene. Amy Glaskopf sehen wir. Einen alten Tonkopf. Aber hier oben, das ist schon eher meine Kategorie. Und, oh, ja, ja, ja. Ganz wichtig. Hier oben noch. Schön, ne? Der Traube Minze. Äh, Kalaud ist am Start. Äh, das hier müsste, was ist das? Ist das eine Harmony? Gibt es so eine dunkle Harmony? Sieht so aus. Eine Vintage Splash von Hukain. Eine japoner Mami Bowl. Ein Oblaco und ein Vosco Rimsia. Und ein Kalaud 2 und ein 1+. Sehr nice. Ich bin gespannt, welchen Kopf wir gleich sehen werden. Natürlich den Oblaco. Ja, bester Mann mit dem Lotus 1+. Werkbundzange am Start. Werkbundzange und eine Shisha-Turbine. Auch sehr, sehr nice. Ja, drei Kohlen werden angemacht. Booster oben drauf. Auch sehr nice. Und dann, äh, Kopfbord-Time. Es gibt einen schönen Grape Mint zu rauchen. Sehr nice. Ja, erst ordentlich durchrühren. Dann locker fluffig in den Kopf rein. Sehr nice Qualität. Ja, aber im Kevin erkennt man auf jeden Fall ordentlich, was abgeht. Das ist sehr nice. Ein bisschen Tabak nebendran. Scheißegal, da räumt man danach gerade wieder auf. Ja, erst mal Tabak in den Kopf rein kriegen. Ja, Gabel wird abgestrichen. Könnte also reichen. Da würde ich jetzt den Stecher nehmen. Aber scheißegal, wenn ihr das mit der Gabel genauso schön verteilen könnt, könnt ihr auch die Gabel nehmen. Absolut kein Problem. Aber da er da den Stecher hat, hätte ich mir fast gedacht, so, ah, dann hätte ich doch auch den Stecher genommen. Ja, aber er versucht es ein bisschen schön in Form zu bringen. Gar nicht groß andrücken. Das ist sehr, sehr nice. Ja, einfach ein bisschen schön verteilen. Ein bisschen vom Funnel-Loch weg. Ja, gucken, dass der Tabak nicht auf den Rand gedrückt wird. Das sieht sehr, sehr gut aus auf jeden Fall. Wenn er es jetzt hinten noch ein bisschen verteilt, könnte es ein bisschen eng werden mit dem Tabak. Ja, bin ich mal gespannt. Aber vielleicht nimmt er da ja auch nochmal eine kleine Gabel oder sowas. Aber auf jeden Fall sehr gut, wie er das Ganze verteilt. Ja, da kommt nochmal ein bisschen Tabak. Sehr gut. Ja, schön dosieren. Nice. Nochmal abstreichen. Und dann geht es wieder ans Verteilen. Schön vom Rand weg machen. Ja, wie man das eben so machen sollte. Also sehr, sehr guter Kopfball bis jetzt auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich hoffe, Kevin hat da auch die Rauchentwicklung am Ende gezeigt. Nicht so wie der Lenny gerade. Grüße gehen raus, Lenny. Nicht, falls du am Start wirst. Zu gepresst. Er presst eigentlich gar nicht so viel. Du siehst auch, wenn er da mal in den Tabak kommt, der sitzt noch relativ locker. Ja, also er verteilt das Ganze ganz gut. Aber hart gepresst ist das Ganze auf jeden Fall nicht. Ja, guter Noppenkontakt auf jeden Fall. Also sehr guter Noppenkontakt auf jeden Fall. Aber schön gebaut. Schön gebaut. Schöner Kopf. Das Ganze auf einer Mauspfeife. Ah, die Breeze mit dem lilanen Sleeve. Sehr, sehr nice. Oh, die Turbine entglänzend ist aber auch geil. So, Kohle ist ready. Okay. Jawohl. Shisha-WG-Video mit Döle da am Start. Der Traubenminzer auf dem Tisch. Und der Oblaco läuft. Sehr, sehr nice. So muss das Ganze aussehen. Und Rauchentwicklung sieht auch geil aus. Ja, jetzt noch einmal pusten. Ja, gut. Das erkennt man jetzt so nicht so krass. Aber sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, also sehr, sehr nice, Kevin. Gut gemacht. Läuft. Der Dominik hat auch ein Video eingeschickt. Wobei ich weiß, dass er hier Musik reingepackt hat. Wir gucken einfach mal rein beim Nick. Aber ich glaube, er hatte Musik drin. Das Intro kenne ich irgendwoher. Und was steht jetzt da? Luck Photography. Oblaco M Kopfball war ein Nick. Sehr, sehr nice, Digga. Feier ich mit dem Intro. Kommen wir zum Kopfball vom Oblaco M. Zuerst schön den Funnelstopfen rein. Ich habe jetzt hier einfach eine alte Schraube genommen. Oder Schwerlastanker. Also ich feiere das irgendwie mit dem Schwerlastanker. Ich finde das sieht geil aus. Als Tabak nehme ich den Black Nana von Nameless. Jawohl, schönes Köpfchen drauf. Dann nehme ich meinen Kopfballstecher. Und schnipp den Tabak einfach ganz locker aus der Dose raus. In den Kopf hinein. Sehr nice. Erstmal alles grob reinschmeißen. Und verteilen kann man dann später noch. Ja. So richtig schön hinzurücken. Soll ein leichtes Overpacking werden. Also kein Noppenkontakt oder so. Also doch schon Noppenkontakt oder Vollkontakt halt. Aber kein brutales Overpacking. Wie ihr seht. Okay, soll ein fluffig gebautes Vollkontakt werden. Würde ich sogar fast sagen. Wenn der Tabak jetzt krass verteilt ist. Würde es vielleicht doch auf einen Noppenkontakt rauslaufen. Aber vielleicht kommt da ja nochmal ein bisschen was. Der Tabak ist weit fertig. Geht es noch hin mit dem Stecher. Und verteile die Tabakblätter noch ein bisschen. Schön gleichmäßig im Kopf. Und aber jetzt auch schon den Pfannenschopf entfernt. Da er noch stören würde beim hin und her rutschen. Okay, also ich hätte. Man sieht tatsächlich so. Also könnte jetzt natürlich auch das Licht sein. Aber hier könnt ihr noch ein bisschen Tabakieren. Hier könnt ihr noch ein bisschen Tabakieren. Hier und hier. Ist nicht so ultra gleichmäßig. Auf der anderen Seite ist das jetzt auch gar nicht so schlimm. Wenn er mit so viel Kontakt rauchen will. Ist es vielleicht hier und da mal besser. Wenn man eine kleine Passage für die Luft hat. Ja. Wird wahrscheinlich funktionieren. Keine Frage. So sehr der in meinem Kopfbau ist. Kohlen noch anmachen. Smokebox drauf. Und auf geht's. Sehr, sehr schön. Also ohne Scheiß. Das würde sich auch direkt als Videoset anbieten. Finde ich. Ich habe ja schon genau da gesessen. Wo du jetzt gerade sitzt. Der Nick. Falls ihr es nicht wusstet. Ist ein alter Kumpel aus Koblenz. Ich war vor nicht allzu langer Zeit mal wieder in Koblenz. Da haben wir auch den Nick besucht. Die Regie und ich. Und haben auch mit dem Nick da ein Köpfchen geraucht. Da habe ich genau da gesessen. Wo er jetzt sitzt. Und das Wohnzimmer ist echt richtig nice. Also es würde sich echt anbieten. Da auch direkt Videos zu machen. Jetzt das Ganze schön auf der Ocean Euphoria SE. Mit dem Oblaco in Drachenschuppenoptik. Dem Kalout Lotus 1 plus Nieres. Puh. Lecker. Lecker. Ja. Kohle ist drauf. Kopf läuft. Und ich denke mal so. Rauch ist eigentlich auch ganz gut da. Ja. Ist ganz gut da. Könnte man so sagen. Läuft auf jeden Fall. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ob ich mit so viel Kontakt dauerhaft mit drei Kohlen rauchen würde. Wenn es dem Nick taugt. Alles cool. Ich wäre vielleicht vorsichtig. Ich weiß nicht. Vielleicht war das gerade so. Der Punkt wo es noch ging mit zweieinhalb. Und danach hast du noch eine Kohle runtergenommen. Würde ich wahrscheinlich so machen. Wenn ich mit drei rauche. Dann meistens nur auf einem leichten Noppenkontakt. Ja. Aber je mehr Kontakt. Desto weniger Kohle nehme ich sozusagen. Immer pauschal ausgedrückt. Ja. Da steht auf jeden Fall nach ein paar Zügen schon. Ordentlich Rauch. In der Bude würde ich sagen. Aber sehr sehr leichtes Video vom Nick auf jeden Fall. Hat mir sehr gut gefallen. Rauchentwicklung nice. Setup sehr nice. Pfeife nice. Wohnzimmer nice. Absolut stark. Also dann gucken wir uns als letztes noch das Video vom Chef Cook an. Auch hier sehen wir direkt wieder einen Kalauden Lotus 1 Plus. Und ein Oblaco. Also absolut nice Sets am Start bei den Jungs. Zu rauchen gibt es The Great Gatsby. Von der guten Shanti GmbH. Äh. A.K.A. Vidavi. Musste kurz nachdenken. Tabak umrühren. Schön die Molasse verteilen. Wunderbar. Und dann geht es an den Kopfbau. Logger flug ich rausgenommen. Ach schade. Leider die Hand davor. Ich weiß es ist manchmal sehr sehr schwer den Kopfbau zu filmen. Deswegen kann ich das auf jeden Fall verzeihen. Aber ich würde es natürlich sehr sehr gerne sehen. Das ist klar. Aber wir sehen hoffentlich das Endergebnis dann. Erstmal glaube ich nur locker fluffig in den Kopf. Gar nicht so großartig verteilen. Erstmal nur ein Büschle. Die Reste schön aufsammeln. Wir wollen ja nichts verschwenden. Und dann auch noch das rein. Und ich glaube wenn er das jetzt nicht krass verteilt und andrückt. Könnte das sogar unser erstes Vollkontakt sein. Wobei stimmt nicht. Wir hatten in einem der letzten Videos hatten wir auch schon Vollkontakt Setup. Aber auf jeden Fall häufiger als Noppenkontakt. Falls für den anderen Leuten die hier am Start sind noch jemand dabei ist der noch kein Abo rausgehauen hat. Sehr sehr gerne ein Abo raushauen. Es wäre eine sehr große Unterstützung auf dem Weg zu dem silbernen Playbutton. Also wenn ihr mir einen kleinen Gefallen tun wollt. Dann sehr sehr gerne noch ein Abo raushauen Leute. Das wäre sehr sehr nice. Ja, das könnte gut Kontakt werden auf jeden Fall. Ja, Köpfle ist gebaut. Das ist auf jeden Fall ein schönes Vollkontakt. Auch da krasses Setup auf jeden Fall. Sehr sehr nice. Auch da wieder ein Shisha WG Video am Start. Die VUCA ist da und die Rauchentwicklung sehr nice. Sehr sehr nice. Also auch von Chef Cook sehr sehr nicer Kopfbau auf jeden Fall. So Leute, das war es für dieses Video wieder mit den Community Kopfbausorten. Natürlich wird es davon noch weitere Videos geben. Wenn ihr Infos wollt, wie ihr mitmachen könnt, findet ihr das Ganze unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Eure Shisha WG